Und herzlich willkommen zu Leo Harry Potter, das vierte Jahr mit Part Nummer 25. Wir gehen jetzt direkt auch in den Beginn des vierten Jahr. Ja, machen wir auch. Yes! Was wird uns erwärten? Ach, das habe ich total verdrängt. Geh da nicht rein! Geh da nicht rein! Geh da nicht rein! Geh! Geh da nicht rein! Ja, Ruh! Uuh! 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 Hamina, run! Mechen los! Huh? Mhm Aha Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wollemords Armee, keine Ahnung. Bist du weg? Bist du weg? Yay! Scheint. Achso, ich dachte, wir müssen Essen zusammensuchen. Oder müssen wir das kosten? Geh ja einfach mal weiter. Los, Greeny, du schastest. What the fuck? Punkte, Punkte, Punkte. Immer diese guten Punkte. Äh, Hammer. Hard. Hey, da ist einer unter dem Tisch. Was ist mit dir, Weasley? Oh, der gehört schon uns. Ah. Los, Frauenpower! Nein, gib ich! Wo ist denn Herrwee? Herrwee! Das kann Herrwee. Da hinten ist was, da hinten ist was. Wo komme ich denn da hin? Wo komme ich denn da hin? Ah, ich sehe jetzt, ich sehe es. WTF? Ultramächtiges Buch! Ah, ich verstehe, ich verstehe. Äh, dein Kätzchen, hast du dein Kätzchen dabei, Hermine? Miau, 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 miau. Oh, da sind Kätzchen dran. Bronnet hat seine Kätzchen, äh, seine, seine Kätzchen halt verloren. Ich dachte, die hätten das nicht weggemacht. Aber gut, haben die gut weggemacht. Ich will das essen. So. Jetzt, ich spinne noch. Spinnen, spinnen, spinnen. Dass Roland einfach so nicht wie in der Hand fässt, das ist schon respektvoll. Unsichtbarkeit. Okay. Oh, yeah. Ja, ich stehe da genau vor. Ah, ich hab's da weggeschafft. Wo ist denn da ein Zell drin? Yay! Und wo ist Harry? Harry! Oh nein, da wurde ein Blatt getreten! Und das Blatt. Oh, oh, oh! Huh? Das... Hey! Hör mal! Ah! Ah! Ruh! Ich bin da auch im siebten Teil. Er kann nur Voldemort besiegen. Und das ist ne Sprungschanze. Hui! Erstmal ein Punkt einsam oder ne? Hui! Oh nein. Huiiii! Hast du Harry gefunden? Naja. Ich weiß auch nicht, wo Harry ist. Ein Büsch. Oh nein. Wir müssen ihn befreien. Das geht nicht. Doch, jetzt geht es. Können doch nicht Harry einfach hier so in den Stich lassen. Harry hat Angst. Oh, wo ist er? Ja. Toll. Was kommt da raus? Ach du Scheiße. Hermine. Warte. Warte. Run it. Gut. Ah, jetzt geht das. Okay. Äh. Das müssen wir... Hey, das war schon gelöscht. Gut. Wie kann die Katze wieder? Wie kann die Katze wieder? Die Katze ist voll unterbewertet. Ah, da fehlt ein Reifen. Beziehungsweise ein Rad. Und jetzt weg mit dir. Und tschüss. Die Katze wösen. Wie kann die Katze wieder? Wir müssen die Katze wieder einrächtigen. Von der Katze ist vieles. Wie kann die Katze wieder mit ihr? Wie kann die Katze wieder einだけ Aufmerksamkeit? Ok, da haben wir ja schon was Weil es aber nicht da reinpasst, sondern hier So, einmal Dann das Käptchen wieder Irgendwas ausgegraben hat Ich weiß noch nicht ganz, was das ausgegraben hat, aber gut Auf jeden Fall ist hier schon mal was Das wäre so ein komik Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Teil ist Ah, das ist das Zielteil Ok, dann müssen wir hier die Sachen suchen Ah, hier ist eine Axt Das ist eine Axt Die haut jetzt so klein hart Klein, klein hart Dann nochmal Wasser gießen Dann nochmal Blumen spielen Oh, soll aber hier was sein Ja, da ist schon mal das Skelett-Ding So, danke, Skelett Was ich das noch in der Hand hätte, danke Ich würde eine buschige Auge brüllen Dann fehlt nur uns noch ein Teil Das weiß ich aber nicht, wo das sein könnte Vielleicht irgendwo Hier ist auch noch was Alles kaputt machen Da ist es doch Da unten, da unten ist es Bäm Dich befreuen wir auch noch, mein Freund Oh, mein Freund Oh, no, Raven floor Killed an den Nutschimisch Mission haue, was frei Muskel, run In der Geass Haue Fuldemort! Oh mein Gott! Oh Gott, oh Gott! Los! Kampfer gimme! Müssen sie besiegen! Was ist ne ein One-Hit-Baby? One-Hit-Baby! Aua, aua, aua One-Hit-Baby Harry, du musst aufwachen Ach du Scheiße Noch mehr von denen Und noch drei Schlangen Los, run, du schaffst es Die sind nur alte Säcke Die haben keine Zauberskills Die dunkle Macht kann nicht gewinnen Ich kann die nicht anvisieren Ich weiß nicht, wie ich das Ich weiß nicht, wie ich das kaputt machen soll Vielleicht auch hochschleudern muss Ich sehe, dreimal Schlange Ich kann die Ich kann die Ich kann die Wenn ich wischte, wie? Los, Kätzchen! Ah, jetzt ist er eine Schlange. Ah, jetzt kommt die Schlange auch mehr. Äh, besser. Keine Ahnung, warum die gerade so lang gebrochen haben. Eh, die Schlange ist nicht so lang. Oh, noch eine! Wisch! Gib mir die letzte Schlange, du Schlange! Die vier haben keine Chance gegen uns. Läbel ab, Schluß! Läbel ab! Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ob wir jetzt schon nach Hogwarts kommen, oder? Ja, Hogwarts. Ich weiß nicht mehr, wie die Schüler hießen. Auf jeden Fall war das reine Frauenschule und andere war reine Männerschule. aus Nordrhein oder so. Ahn? Auß! Ha! Ha! Mh! Sie sind da, Sie sind da! Ha! 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 den Bärenjungs. Mit Victor Crum. Wenn ich das nicht verstanden habe. Dumbledore, mein alter Freund. Und jetzt kommt die Frauenlehrerin. Wo Hecker drauf steht. Und da steht Ronda auf. Das ist der Turnier. Es gibt ein Turnier. Da dürfen nur 5 oder 6 Schleser dran. Und Harry ist ja in der 4. Klasse. Sogar die dürfen nicht. 6. oder 7. Klasse. Ich weiß nicht wie hoch das geht. Haben wir da einen. Wir haben so einen. Aber ich wollte mal sagen. Das war Part Nummer 25 von Lego Harry Potter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.